Hallo, mein Name ist Nora Blum. Ich bin Psychologin und eine der Gründerinnen von Self-API. Wir bieten Online-Therapie-Programme an für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Wir haben 2016 gegründet, meine Mitgründerin Kathi und ich. Wir sind beide Psychologinnen und ich komme auch aus einem absoluten Psychotherapeutenhaushalt, deswegen war es mir sehr früh klar, wie so die psychologische Versorgungsstruktur in Deutschland aussieht. Ich habe damals auch meine ersten Arbeitserfahrungen in der Psychiatrie gemacht und was uns sehr schnell klar geworden ist, ist, dass wir ein absolutes Problem haben in der Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die Wartezeiten von fünf Monaten, das ist etwas, was man nicht hinnehmen kann. Auch das Thema, dass es immer noch so stigmatisiert ist, dass sich Menschen gar nicht trauen, zum Psychotherapeuten oder zur Psychotherapeutin zu gehen. Das ist etwas, wo wir gesagt haben, es muss auch alternative Optionen geben, wie sich Menschen Hilfe holen können, was schnell geht, was niederschwellig geht, was vielleicht auch sogar bestenfalls in den eigenen vier Wänden geht, um so den ersten Schritt, die erste Hürde zu nehmen. Wir haben damals gedacht, wir können als Psychotherapeutin arbeiten, die Ausbildung dazu machen, aber letztendlich ändern wir daran an der Grundstruktur nichts. Und wir haben dann die Entscheidung getroffen, Zelfepi zu gründen, uns für die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen einzusetzen und auch nach wie vor für mehr Kassensitze zu kämpfen, dass die Wartezeiten auch auf Psychotherapieplätze verkürzt werden. Zelfepi probiert Menschen mit psychischen Erkrankungen wie einer Depression oder einer Angststörung schnellen und niederschwelligen Zugang zu psychologischen Hilfe zu ermöglichen. Es ist ja so, dass man in Deutschland wahnsinnig lange auf einem Psychotherapieplatz wartet. Und hier wollten wir in dieser Wartezeit Menschen etwas an die Hand geben, was sie sofort nutzen können und was sofort hilft. Das Prinzip beruht auf der geleiteten Selbsthilfe. Das heißt, Patientinnen und Patienten bekommen einen Zugang zu einer Therapie-App für drei Monate, die ihnen Schritt für Schritt die Strategien der kognitiven Verhaltenstherapie beibringt. So erlernt der oder die Betroffene sehr viel über ihre Krankheit mit Hilfe von Videos, Audios, Übungen und lernt wirklich ganz konkret die Techniken, wie es ihm oder ihr besser geht. Und nach drei Monaten ist die Symptomatik hoffentlich abgeklungen. Unsere Programme kann man nur machen wirklich, wenn man eine Diagnose hat vom Arzt. Also es ist insofern kein Präventionsangebot, sondern wirklich ein Therapieangebot, weil wir eben zertifiziert sind und eben die Kosten auch von allen Krankenkassen erstattet werden. Um Self-Hippies Online-Programme nutzen zu können, brauchst du immer eine Überweisung und ein Rezept von einem Hausarzt oder Ärztin oder einer Psychotherapeutin. Wir werden letztendlich wie ein Medikament auf Rezept verschrieben. Und wenn du dieses Rezept hast, kannst du dich bei uns registrieren. Das heißt, dass du einen Zugang zu der App bekommst und dann machen wir erstmal einen Einstiegstest. Also wir verstehen ein bisschen mehr, warum du beispielsweise unter einer Depression leidest, was wirklich deine speziellen Problemfelder sind. Und dann bekommst du drei Monate lang individuelle Inhalte, die dir die Techniken beibringen, wie du dir selbst helfen kannst. Das heißt beispielsweise, dass es bei einem Depressionskurs am Anfang damit losgeht, dass wir ein bisschen mehr über dich erfahren, dir ein bisschen erklären, wie so eine Depression aufgebaut ist und dann aber auch wirklich ganz konkret gucken, wie ist deine Tagesstruktur? Kann man hier etwas verbessern? Fehlt es dir beispielsweise an positiven Aktivitäten? Was hat dir vor deiner Erkrankung Freude gemacht? Und das probieren wir Schritt für Schritt miteinander aufzudecken, aber eben mit digitalen Fragebögen, um dann wieder die positiven Aktivitäten an deinen Alltag zu integrieren. Und genau so geht dann letztendlich jedes Modul von starten und wir beschäftigen uns insgesamt mit Themen wie dem Selbstwert, mit Schlafstörungen, mit negativen Gedankenpatterns, mit negativen Gefühlen, wie man die ein bisschen umfasieren kann. Und so geht es dir Schritt für Schritt besser. Bei uns ist es schon so, dass jeder Betroffene, der sich bei uns anmeldet, immer einen persönlichen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin bekommt. Also jeder Betroffene bekommt eine Psychologin sozusagen an die Hand, die er oder sie dann auch im Rahmen der drei Monate als festen Ansprechpartner hat, falls es Fragen gibt. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche wie eine Verhaltenstherapie, weil natürlich das ein ganz anderes Modell ist. Es ist zum einen eher wirklich für leichte bis mittelgrade Symptomatiken. Das heißt, wenn es dir noch nicht so schlecht geht, dass du zumindest noch so ein Grundniveau hast, dass du ja ein Online-Programm überhaupt bedienen kannst. Das ist natürlich ganz wichtig. Und zum anderen ist es natürlich einfach ein anderes Konzept. Es geht sehr viel um deine aktive Mitarbeit in der App. Du musst wirklich ganz viel mit uns arbeiten. Das ist natürlich erst mal was anderes als eine Gesprächstherapie. Das Patientinnen-Patienten-Feedback ist für uns einer der Kernbausteine, auf dem wir die Programme fortlaufend weiterentwickeln. Also jeder Betroffene, jeder Betroffene, der dir unser Programm nutzt, hat immer nach jedem Modul oder nach jeder Lektion immer die Möglichkeit, uns Feedback zu geben. War das für mich hilfreich? Konnte ich diese Übung wirklich dann auch in meinen Alltag integrieren oder habe ich das nur gelesen auf der App und es dann aber nicht wirklich angewandt? Das ist so das Feedback, was für uns sehr, sehr wichtig ist und was wir uns wirklich regelmäßig alle paar Wochen komplett angucken und dann auch Rücksprache halten mit den Universitätsprofessoren, mit denen wir zusammenarbeiten und dann wirklich konkret dieses Feedback integrieren und die Inhalte auch anpassen. Datenschutz, Datensicherheit ist natürlich das A und O bei solchen wirklich sehr, sehr sensiblen Daten. Deswegen werden wir hier fortlaufend geprüft, geauditet. Wir arbeiten wirklich nach den absolut strengsten Datenschutzvorsätzen. Wir machen regelmäßig Penetration-Tests. Das heißt, es wird sozusagen suggeriert, dass jemand einen Hackerangriff macht und die müssen wir bestehen. Das alles ist Teil der Zertifizierung, die wir brauchen, um diese Erstattungsfähigkeit zu bekommen. Das heißt, wir werden wirklich sehr, sehr regelmäßig von externen Behörden auf unseren Datenschutz, auf unsere Datensicherheit geprüft und ja, haben hier zig Zertifikate, die das nachweisen, einfach weil es so wichtig ist, dass die Daten sicher gespeichert werden. Wir haben grundsätzlich wirklich ein sehr breites Altersspektrum. Unser Durchschnittsalter liegt irgendwo so bei 40 Jahren. Wir haben viele, die 18, 19 sind, die wirklich gerade Abi machen beispielsweise. Viele junge Mädchen beispielsweise mit einer Essstörung, die sagen, nie im Leben würde ich zum Psychotherapeuten. Das traue ich mich gar nicht. Das ist so stigmatisiert. Aber so eine App, die mir hilft, wo ich auch einen Ansprechpartner habe, aber was ich heimlich zu Hause erst mal machen kann, das hilft mir. Wir haben aber auch wirklich die 50-, 60-Jährigen, die oft, wenn ein lebenswichtiges Ereignis eintritt, psychologische Hilfe brauchen und die das beispielsweise dann überbrückend zu ihrem Psychotherapieplatz nutzen. Wir werden momentan nur zugelassen und erstattet für Erwachsene, also über 18 Jahren. Aber wir arbeiten daran, diese Erstattungsfähigkeit auch auszuweiten, insbesondere bei unseren Programmen für Essstörungen, dass sie für auch 16- bis 18-Jährige zumindest zugelassen werden. Depression ist nach wie vor das größte Thema bei uns. Also die Mehrheit unserer Betroffenen, die zu uns kommen, leiden unter einer leichten, unter einer mittelgradigen Depression, warten sehr lange schon auf einen Therapieplatz, bekommen gar keine Hilfe, sind resigniert, wohnen in strukturschwachen Gegenden irgendwo auf dem Land, wo sie auch sagen, ich kann hier gar nicht zum Arzt, weil wenn ich dem das sage, dann weiß das gleich das ganze Dorf. Solche Betroffenen kommen viel zu uns und finden in Self-API dann zumindest irgendeine Form von Hilfe. Es gibt viele klinische Studien, die zeigen, dass solche Online-Programme wirklich signifikant die Symptomatik reduzieren können. Wir haben auch kürzlich eine große Studie mit der Charité veröffentlicht, die zeigen konnte wirklich 30 Prozent Symptomreduktion bei psychischen Erkrankungen. Das sind tolle Ergebnisse. Und mit all diesen kleinen Schritten kommt es mehr und mehr, dass eben auch die Annahme von Psychotherapeutenkammern beispielsweise steigt und dass sie sagen, ja, digitale Gesundheitsanwendungen im Bereich der psychischen Erkrankung sind ein wichtiger Teil der Versorgungslandschaft. Unser Ziel war es wirklich nah am Betroffenen zu sein und eine Möglichkeit zu geben, dass er oder sie sich wirklich täglich und mehrfach stündlich auch mit den Inhalten beschäftigt. Und das Smartphone liegt da natürlich auf der Hand, aber man muss natürlich auch aufpassen, was macht man mit dem Smartphone? Scrolle ich jetzt seit Stunden durch Instagram? Oder protokolliere ich einmal, wie mein Tag war und wie es mir geht und schreibe meine Gedanken auf, was ja dann eher wieder Selbstreflexion fördert, als dass es dieses passive Konsumieren von negativen Content ist. Und deswegen sehe ich das nicht so kritisch, dass unsere Anwendung auf einem Smartphone ist. Aber was glaube ich auch ganz wichtig ist, dass die Therapieinhalte, die wir vermitteln über das Smartphone, auch über das Smartphone hinausgehen. Das heißt, ganz viele unserer Übungen basieren darauf, dass wir sagen, so und jetzt leg das hier weg, geh raus und mach einen Spaziergang und schreib dir die schönen Sachen auf oder und triff jetzt eine gute Freundin oder einen guten Freund. Also ganz vieles, was wir beibringen, muss dann natürlich auch wirklich in den Alltag integriert werden. Und da probieren wir schon, die Betroffenen dann auch dazu anzuleiten. Also mein erster Tipp für psychische Gesundheit ist ein Klassiker, die Kaffeebohnenübung. Das heißt, dass du während des Tages immer, wenn du etwas Schönes erlebst und dich gut fühlst, eine Kaffeebohne oder irgendwas, was du in der Tasche hast, von rechts nach links rüberschiebst. Das hat vor allem zwei gute Sachen. Zum einen, ja, kannst du dich am Abend nochmal darüber freuen und sehen, oh, ich hatte ja wirklich ein paar Highlights heute, weil manchmal vergisst man das dann auch schon wieder. Und das zweite ist, und das passiert erst so, nachdem man das so eine Woche gemacht hat, man merkt wirklich, dass man ganz anders achtsam ist für die Glücksmomente am Tag. Und deswegen sage ich das jedem, weil das macht wirklich was mit dem Kopf. Und nach einer Woche ungefähr, also zieht es durch, macht es einen Unterschied und der Tag ist plötzlich viel positiver. Das zweite ist, dass ich allen, die nachts davon geplagt sind, dass sie nicht schlafen können, weil Grübelattacken losgehen, sage, bevor du ins Bett gehst und wenn du merkst, ich habe heute ein paar Themen, die ich durchdenken muss, schreib sie einmal auf. Und dann kann man den Kopf sozusagen beruhigen und sagen, ich habe das alles aufgeschrieben, das ist da, du musst das hier nicht nochmal zum zweihundertsten Mal durchkauen, sondern das steht da geschrieben und es ist okay und ich beschäftige mich morgen früh wieder damit. Das hilft wirklich ganz doll beim Einschlafen. Und das dritte, das ist auch so ein bisschen, wenn man so Grübelattacken hat, das hilft mir auch wirklich ganz besonders, nicht drauf einsteigen. Stopp, reicht jetzt! Und dann aus der Situation rausgehen. Jemanden anrufen, spazieren gehen, das Haus verlassen, einen Kaffee trinken gehen, rausgehen aus diesen Grübelgedanken. Geh kalt duschen, ist egal, mach irgendwas, aber geh raus aus der Situation. Ich habe noch ganz viele Tipps auf Lager, aber das sind meine Top 3, die mir gerade aufgefallen sind. die drei, die drei, die drei sind. driving und der das schoss Vielen Dank.